So, hallo, wir machen weiter. Bei Sonic 3 und Knuckles und Niki. Hallo. Das letzte Mal haben wir den Pilzwald rausgefunden, dass es doch noch ganz viele andere tolle Secrets gibt für uns. Auch wenn wir die Chaos Emerald schon haben. Denn jetzt gibt es die Super Emeralds. Für alle, denen die Chaos Emeralds nicht schwer genug waren. Die haben es nämlich ziemlich in sich. Das heißt, wir dürfen wieder Secrets suchen. Achso. Und das. Ah, okay, das macht nur sowas hier. Werden wir jetzt weiter versuchen. Ich bin gespannt, ob wir alles finden, denn geh mal weg, du du Fiech. Bin ich sehr gespannt. Ja, und wir sind, nachdem wir die Pilzzone verlassen haben, auf ein Flugschiff gegangen, mit dem Eggman dann weggeflogen ist. Ja, was heißt, Eggman ist nicht damit weggeflogen. Er ist mit dem Ding mitgeflogen. Kann man sagen. Jedenfalls müsste er hier auch irgendwo sein. Und daher haben wir die Verfolgung aufgenommen. Ich lese hier gerade, dass in Mushroom Hills es möglich ist, alle sieben Super Emeralds in Akt 1 und Akt 2 zu sammeln. Boah, dann habe ich zwei äh, zwei verpasst. Dann habe ich vier verpasst. Ich bin hier gerade auf einer N�-Kleiter. Das ist schon krass. Dann habe ich von den von den äh, wie viele haben wir gefunden? Zwei haben wir gefunden. Dann hätte es sechs Stück gegeben. Freien Akt 1 und vier in Akt 2. Ach, sieben sind es insgesamt sogar. Fuck. Okay. Ach, natürlich sieben. Wie komme ich denn auf sechs? Ja. Ja. Wie komme ich denn auf sechs? Mein Gott. Kriege ich wieder einen Ring? Danke. Kann ich eigentlich oben drauf auch? Nein. Okay. Ja, gut. Dann gibt es schon wirklich ziemlich viele, die man zusammen hat. aber ich glaube eben, so, ich muss ja ziemlich oft laden. Ich hätte den schon, aber es sind alle auch mit Sonic erreichbar? Das wäre mal die andere Frage. Steht nur, dass es möglich ist, alle sieben Supermurads in Mushroom Hill Zone. Okay, ja, dann werden sie wohl mit Sonic erreichbar sein. Zubekommen. Hm. Warte, ist hier vielleicht in der Wand, was ist es? Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, wo die gewesen sind. Aber gut. Da werden wir nicht mehr hinkommen. Ich auch. So. Wo muss ich denn jetzt überhaupt? gut. Ach, auf denen kann ich stehen. Ich dachte, das sind irgendwie so Kreissägen, die mir wehtun. Ups. Ja gut, dann sieht das doch hier gleich wieder ganz einfach aus. Nichts zerquetschen lassen. Hahaha. Na toll. Gegner wollte ich nicht frei lassen, aber ich will gleich dann mal nochmal was gucken. Nein. Murks. Ich will gleich nochmal. Nein, Murks. Was gucken. Für die Wissenschaft. Ähm. Und so, ob da drüben was ist. Könnte ich mir nämlich gerade vorstellen. Das man hier noch irgendwo hin. Nein. Gut. Druck. Wie viel gibt es denn in dieser Stage? Oh, das dreht sich. Äh. Huch. Okay. Aua. Das war blöd. Steigen wir uns am Anfang. Wo, wo, wo ist das denn jetzt? Wieso haben wir denn hier gelandet? Könnte mich gar nicht mehr dran erinnern. Ach, hier war das richtig. Natürlich. Schüpp. So. Ähm. Was wollte ich sagen? Es war doof, dass wir gestorben sind. So. Aber ist auch geklärt, dass das doof war. Okay. Ja gut, aber dann sind wir ja schon wieder hier. Das war ja dann gar nicht so weit. Das kam mir weiter vor. Hopps. Nein. Nicht den ganzen Weg runter. Nein. Wie doof. Hopp. So. Ich habe mir gar keinen Ring. Nein. Ach, fuck. Das lade ich jetzt. So. Das sind mir zu viele Leben. Die ich da verliere. Dann sind wir halt wieder hier drüben. Nein. Nicht nochmal. Ich will mal so. Ich muss was ausprobieren. War da. Da kann man nicht hin. Okay. Gibt es doch bestimmt wieder irgendwelche Secrets. Ah, ein Leben. Na gut. Das nehme ich auch mit. Das andere Secret wäre mir lieber gewesen. Aber na gut. Meinet wie. Hilfe. Nicht zerquetschen. Bin ich da durch? Kann das... Oh, okay. Dann fährt das hier zur Seite. Aber da komme ich nicht hoch. Nee. Yo. Jetzt bin ich weit gefallen. Da war bestimmt wieder irgendwas, was ich hätte einsammeln können. Na gut. Oder wir kommen wieder hoch. Kann ja auch sein. Waaah. Okay. Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Gucken, was da noch ist. Okay. Okay. Oh. Ja gut. Das hätte ich mal vorn gebraucht. Ja, nicht zerquetschen lassen. Das wollen wir nicht. Nein. Ups. Ah, fuck. So. So. Jetzt sind wir oben. Okay. Okay. Das bringt mich dann hier. Und das wiederum bringt mich. Stopp. 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 Erst guckt man hier hoch. Da ist doch was. Das sehe ich doch von hier. Da muss was sein. Oh, das ist einfach ein Alternativweg. Man weiß es noch nicht. Auf der Seite sind quasi nichts. Was? Nein. Mann. Was ist das doch mal? Die klingt, glaube ich, kaputt. Ne. Oder auch nicht. Sind das nicht die komischen, die man drehen? Ja, anscheinend nicht. Okay, das ist zumindest ein Leben. Das ist ja auch schon mal was. Ähm. Aber wann kriegen wir mir lieber? Ich will Ringeln. Ich will Bonusringe. Vor allem die großen Ringer. Da oben ist ein Checkpoint. Also geht es da auf jeden Fall auch weiter. Dann ist es vielleicht wirklich ein Alternativweg. Naja, wir haben noch genug Stages. Wir kriegen die auf jeden Fall zusammen. Ja, nicht zerquetschen lassen diesmal. Please. Jetzt geht das hier runter. Dann geht das da hoch. Ich muss was ausprobieren wieder. Wann checken? Okay. Äh. Oh, das ist ja gemein. Oh, wird man ja richtig schnell zerquetscht. Gemein. Fies. Oh Gott, die Zeit. Oh ja, ich sehe es doch gerade. Hoffentlich ist es gleich zu Ende. Ich hoffe. Zu erwarten wäre es ja irgendwie, dass nach dem Checkpoint hier jetzt halt noch so ein kleiner Miniboss kommt. Äh. Oder ein böser gelber Block. Äh. Moment. Kann ich hier hinten? Scheiße. Hätte hier sein können. Ja gut. Das wäre halt prädestiniert für ein Secret gewesen. Jetzt. Kann das mal wieder auftauchen jetzt? Dankeschön. Das hier jetzt auch und das hier auch. Und dann sind wir da oben. Aua. Aua. Und dann geht es hier offensichtlich raus. Ich möchte kurz noch in die Richtung gucken. Ah, das wäre die Alternative, wo man auch noch herkommen könnte anscheinend. Keine Ringe gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Dieses keine Ringe zu haben, Hilfe. Äh. Was soll ich hier tun? Was soll ich hier tun? Achso, das hat hier kaputt gemacht. Oh. Okay. Okay. Das ist besser, als keine Ringe haben. Nächstes ist ein Schild. Aber es scheint mir nicht zu Ende zu sein, die Stage. Äh. Zeit? Neun Minuten. Stimmt gleich zu Ende. Ich bin da ganz zutversichtlich. Ja, Mensch. Okay, okay. Das wäre schon viel zu einfach gewesen. Ja, ja, klar. Es muss ja ein Boss, ein Miniboss kommen. Muss natürlich. Ich frage mich nur, wie ich den besiegen kann. Ach, der muss sich selber hauen. Sehr gut. Ja, das ist ja zum Glück nur etwas, was ich nicht beschleunigen kann. 30 Sekunden noch, also... Ich hoffe, er hat nicht zu viele Hits. Komm, schlag dich. Clown. Schlag dich bitte nochmal. Warum schlägst du dich selbst? Warum schlägst du dich selbst? Mach mal. Danke. Sehr gut. Zum Glück, wenn sie jetzt halt stehen. Ja. Äh. Ach so. Oh. Wollte schon sagen, das kann ich nicht mehr einsammeln. Aber muss ich ja gar nicht. Ei. Das war echt knapp. Das war, ja. Aber wir haben keinen einzigen Ring gefunden. Wie viel hat es denn gegeben in der Stage? Das weiß ich nicht. Ah, ich dachte, du hast das so in der Übersicht. Nee, das steht nicht da. Ach, es stand nur aus Spar... Also es stand nur wegen dem Fakt, dass man alle dort bekommen kann. Genau. Ah. Das war halt so ein Fakt. Ein interessanter Fakt auf jeden Fall. Ja. Na gut, wir werden sie schon irgendwie zusammen. Ich muss halt nur ein bisschen... Lass mich nochmal da... Nicht, ich glaube, ich will da unten in die Lücke. Du hast es dann halt zu Hypersonic. Ja, ich will sie dann eh nicht nütze, aber hey. Vielleicht einmal. Aber man braucht es ja auch für die Story, also... Damit muss man gesehen hat... ...weil ein Master in der Welt und so. Das war klug. Unklug. Unklug wollte ich sagen. Lade das mal kurz. Ich hasse zerquetscht, Tode. Ich hasse sie. So. Huch. Ich dachte, ich gehe dahinter runter. Und auf einmal wäre ich doch getroffen vorne. Na gut. Meinetwegen. Aber was ist jetzt hier der Bonusweg? Ist es jetzt dann doch richtig, hier entlang zu gehen, oder... Anscheinend. Dann ist es wohl doch hier richtig. Er hat den wieder zerquetscht. Okay. Nee, diesmal nicht, aber ich wollte halt gucken, was da so ist. Und hab da natürlich nicht nachgedacht, dass mich das zerquetschen könnte. Ach so. Leider. Noch mehr davon. Okay, fahr ich runter, oder steig ich aus? Noch eine mögliche Zerquetscht, Tode. Aber wo ist der Ring, ist die Frage. Wenn es einen gibt in dieser Alternative. Beim Aussteigen oder beim Weiter runterfahren? Das ist schwierig. Gut, wobei es vielleicht gar nicht danach geht. Ich weiß es ja nicht. Oh shit. Äh, ja. Super. Aber wieso lade ich eigentlich? Ich habe noch sechs Leben. Ich brauche eigentlich nicht laden. Aber es ist eh pusht. So. Und wie komme ich dann da hoch? Da oben sind doch auch Wege. Muss man doch auch irgendwo hinkommen. Oder ist das... Oder ist das... Hm. Hm. Das reizt mich dann schon. Jetzt komme ich erst recht nicht mehr da hoch. Jetzt aussteigen irgendwie. Keine Ahnung. Da kommt man halt gar nicht raus. Nee. Das kann nur hier rein. Hm. Mysteriös. Aber diesmal fahre ich auf jeden Fall... Oh, gleich mal ausprobieren, ob das in der Stage auch geht. Ich glaube nicht. Mal ausprobieren kann man. Ja, ist so viel dazu. Super. Vielleicht die ungünstigste Stelle überhaupt gewählt, um so versehentlich in den... Trainings zu machen. Nee, scheint nicht zu gehen. Okay. Ganz toll gemacht, wirklich. Es wäre mir neu, wenn das gehen würde. Bin fast ein bisschen stolz gerade. Ach. Ach, hier kann ich auch runter... Wow, okay. Es muss... Oh. Kann ich da irgendwie anders aussteigen vorher? Dass ich hier nicht eben... Nee, ich komme automatisch da rein und dann... Keine Ahnung. Wie man da hochkommen soll. Vielleicht etwas früher abspringen. Vielleicht. Aber du kommst halt nicht aus dieser... Aus diesem... Drehdings... Aus diesem, äh... Aus diesem Rohr oder was das ist. Kommst du halt nicht raus. So, ich mache jetzt hier einen Save. Nicht, dass mich das einfach in den Tod fährt oder so. Fahrstuhl. Der Fahrstuhl, der Fahrstuhl bei 6. Ich kann auf jeden Fall hier aussteigen, ja. Da fehlt noch ein Fahrstuhl bei 6. Ach, und hier wäre ein Checkpoint gewesen. Ja, gut. Gut zu wissen. Dass wir den anderen Weg gegangen sind. Aber vielleicht ist ja der andere Weg was zu einem Ring. Jetzt geht das hier... Ach, und jetzt komme ich dann da hoch. Oh, es gibt so viel, was man ausprobieren könnte. Ich bin so neugierig. Jetzt gehe ich doch wieder den anderen Weg. Okay. Schlimm. So viele Möglichkeiten. Hui, hui, hui. Was führt zu deinem Secret und was führt... Wobei es halt auch einfach beides richtige Wege sein können. Das ist es ja gerade. Hm, ja. Das ist halt alles... Alles möglich. Da gibt es immerhin Leben. Nehmen wir den Weg. Ich will aber den Blitz behalten. Oh Gott. Musst du mit Spin-Dash durch. Ei, 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 ei. Sowas mache ich ja gar nicht. Ja, das war zu erwarten. Ach, jetzt mal... Okay. Da wäre ich wahrscheinlich jetzt von der anderen Seite dran gekommen. Jetzt geht's. Jetzt haben wir die Seite gesehen. Jetzt wird es mich natürlich wieder... Ha, ha. Was da woanders war. Weil ich denke, wir kommen dann hier auch her. Tatsächlich. Das wirkt so, wie wenn man von der Seite da kommen könnte. Halt, kann ich da hoch? Aha. Die Secrets hier am Start. Vielleicht diesmal was mit dem Ring? Weil ich glaube nicht. Ich glaube auch das ist wieder der Alternativweg. Das war schon wieder alles viel zu schnell. Mann, so schnell kann ich gar nicht reagieren. Das hat zwar nichts so an sich. Ja. Ach scheiße, jetzt bin ich da ganz so unten. Ah, ich bin zu neugierig. Ich muss laden. So viel, so viel Zeit muss sein. So, also hier haben wir den Checkpoint gesehen. Und dann kam das hier. Und das da hatten wir auch schon. Und da sind wir noch nicht hochgefahren. Weil ich da dann gesagt habe, okay, dann komme ich da wahrscheinlich eben wieder da hoch. Und dann ist der Rest des Weges klar. Und dann komme ich jetzt praktisch hier hin. Und da müsste ich jetzt... Ja, genau. Dann fahre ich jetzt nämlich da rüber. Das ist tatsächlich genau der Weg. Und da sind wir gerade gelandet. Dann haben wir quasi wirklich nur das Leben an der Stelle verpasst, was man hier hätte haben können. Okay. Dann muss ich ein bisschen mehr mit Saves arbeiten, wenn ich hier rumprobieren will. Glaube ich. Auch wenn das dann wieder die lame Variante ist, um an die Ringe zu kommen. Weil man das ja im Original nicht machen kann. Verschiedene Wege ausprobieren. Und dann, hey, guck mal, da ist der Ring. Den nehme ich. Aber jetzt hier erstmal vorsichtig, 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 vorsichtig. Das war gegen vorhin auch viel zu schnell. Ich will hier mich erstmal umgucken. Langsam. Okay, da komme ich aber auch nicht irgendwo hoch. Und da geht es dann nur wieder runter. Komme ich da nochmal hoch? Nicht mal ansatzweise. Na gut. Denn damit wir hoch springen, ist ja auch keine Alternative. Nee, das ist alles Quatsch. Das ist alles nur die... ... im Prinzip. Sieht halt lustig aus. Warte, da springt man gar nicht. Aber wieso, ey? Das ist doch Ring. Achso, das ist A für den hier. Das muss man aber auch nur einmal um... Ja, einmal einfach hoch. Okay. Da ist auch nichts. Schade. Hey, konnte ich gerade? Moment. Ach! So viel zum Thema Supersonic. Ich habe die Chaos Emeralds ja quasi in der Höhle gelassen. Oh. Ich kann gar nicht mehr Supersonic werden. Ich muss da nicht mehr drauf aufpassen. Praktisch. Sehr gut. Das habe ich in dem Pilzdingen gar nicht ausprobiert, dass ich da noch so hergeredet habe. Von wegen, ach, jetzt kann ich das ja legitim machen, weil jetzt denkt das Spiel ja eh, dass ich das bin. Aber ja. Okay. Oh, das war... Ich habe mich jetzt auch wieder gehört. Oh, ich dachte schon, ich zerquetsche mich da jetzt wieder. Richtig. Dann kann ich den eh nicht einsetzen. Das, was war's. Das tut nicht drauf achten. Ja. Nein, stopp! Moment, wobei... Wird das komplett nach oben gezogen? Äh, save. Ich will mich nicht zerquetschen lassen. Testen wir das. Aha. Okay, das ist aber irgendwie nichts. Zumindest noch nicht. Achso, ja, klar. Es ist ja an der Kette. Es kann ja nicht komplett hochgezogen werden. Außer die Kette wird plötzlich länger. Dann will ich weinen. Nein, da ist auch nichts. Hey! Okay, ich kann nur in der Mitte runter. Ich will doch nur mehr Bonus gehen. Bitte, Spiel. Gib mir Bonus gehen. Oh je. Einfach durch. Okay. Auch hier nicht. Nne-ha-ha-ha. Da auch nicht. Was? Ach, kommt schon. Nee, nichts. Schade. Ups. Das hier mal wieder. Heckmann. Das kennen wir schon. Ich weiß. Aber. Nee, das ist ein bisschen anders von der Funktion her. Okay. Jetzt ist es mal ohne Plattformen. Und ich kann es einfach so dann... Hä, wie soll ich da hochkommen? Komm ich da einfach hoch? So nicht. Oder wird es einfach enger je weiter ich... Ach so. Da muss ich wohl einfach durchhalten erst mal. Ach, jetzt hat er sich selbst damit angegriffen. Ja gut. Meinetwegen. Okay. Äh, Mami! Ja. Das... War nett. Dass ich das gewusst habe. Nein. Nein! Ähm, ähm, ja. Fuck. Jetzt aber. Ich warte hier vielleicht... Ich sollte das nicht tun. Ich sollte das einfach nicht tun. Ich sollte mich einfach andrehen. Und dann so hoch. Ich glaube, ich sollte hier nicht anfangen, nach Ringen zu suchen. Das wäre gemein, wenn es hier jetzt wirklich noch Ringen gäbe. Uh, ich hoffe nicht. Äh. Ja gut, jetzt muss ich eh warten. Ich möchte noch einen letzten Song. Jo. Wir haben ja noch ganz viele Formen. Ja. Okay, jetzt bin ich wohl ganz oben. Ah ja. Hallo. Oh, aua, aua. Todkampf. Oh. Todkampf. Ja gut. Gut. Äh, ich lad mal wieder wegen Leben. So. Vier Leben sieht einfach besser aus als drei. Was für ein Quatsch. Egal. Ah, dann setze ich gleich beim Boss oben nochmal einen Save. Dann muss man da nicht immer wieder hochlaufen. Denn ich glaube, der verprügelt mich gleich nochmal. Habe ich so dem Gefühl. Ach, jetzt muss ich eh warten. Ja, das ist halt doof. Das zieht das Let's play in die Länge. Das ist das, Eggman. Fahr das schneller. Noch schneller. Noch schneller. Danke. Geht ja nicht mit Torbuchen. Gibt's ja nicht. Nope. Ach stimmt, jetzt könnte ich einfach... Oh okay, ich darf nicht in die Mitte, dann haut er mich. Warum sollte man ein schnelles Spiel schön schneller machen? Ja. Auch schneller. Richtig. Sonic ist schön schnell genug. Okay, da kann man ihn aber relativ oft erhitten. Wow. Aber richtig oft. Na gut. Ja, wow. Das war schwer. Aber vielleicht sollte ich nicht zu früh. Ich weiß es nicht. Nee, okay, ist weg. Gut. Ui, 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 ui. Wie klappt das mit den 20 Minuten Parts nicht? Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Naja. So, was kommt als nächstes dann? Die Sandopolis Zone. Sandopolis. Ja, wow. Sehr gut. Dann gucken wir, ob wir da wieder Ringe finden. Ich hoffe doch. Ich bedanke mich aber fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss. Oh, was für eine Score. Oh ja, ich sehe es auch gerade. Wow.